Professor Fröhlich, was bedeutet es, dass jetzt eine Deutsche in Brüssel das Sagen hat? Welche Verpflichtung verbirgt sich dahinter? Naja, also die Verpflichtung Kommissionspräsident oder eben auch Kommissar heißt in erster Linie, das ist das EU-Organ schlechthin, das ist Europa. Das heißt eigentlich, wie man so schön in Brüssel sagt, da gibt man den nationalen Mantel ab und hat europäisch zu denken. Das ist die erste entscheidende Grundvoraussetzung und Prämisse und zwar gerade für die Kommission, weil sie das EU-Organ schlechthin ist. Wir haben die Interessenvertretung der Mitgliedstaaten eben in den Ratsformationen, in den Ministerräten und natürlich auch im Europäischen Rat durch die Staats- und Regierungschefs vertreten. Das ist das Europäische. Insofern ist es natürlich schon, es ist eine gewichtige Funktion, vor allen Dingen in den Politikfeldern, wo die Europäische Union auch das Sagen hat. Also das, was wir sozusagen die exklusive Kompetenz der Union nennen. Das wäre beispielsweise eine der großen Herausforderungen, großen Aufgaben für die Kommission, wie die Chefin uns gerade eben signalisiert hat, die Kommissionspräsidentin wird Klima sein. Klima ist beispielsweise ein Thema, was, wie wir so schön sagen, im EU-Jargon vergemeinschaftet ist. Das heißt, hier hat die EU in der Tat erhebliche Kompetenzen. Hier kann sie vieles bewegen und anstoßen. Und das müssen die Mitgliedstaaten in irgendeiner Form auch umsetzen. In den anderen Politikfeldern, die eben auch Schwerpunkte sein sollen, sieht das etwas anders aus. Zum Klima kann sie ja gleich auf dem Klimagipfel in Madrid sozusagen arbeiten für Europa. Vorher schon kommende Woche wird sie sich mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg treffen. Welche Signale müssen da ausgehen von dem Treffen dieser beiden? Die Signale, die sie aussenden wird, denke ich, die sind klar. Und sie hat ja auch die Bereitschaft erklärt und signalisiert, dass einer der oder der zweite große zentrale Pfeiler ihrer Agenda sein soll, die Stärkung der Außen- und Sicherheitspolitik, von der wir eben auch gerade schon gehört haben. Und das, daran hat von der Leyen auch als Verteidigungsministerin nie einen Zweifel gelassen. Im Kontext eben so, wie wir es gerade, dass es bedeutet Kontinuität von der jetzigen Verteidigungsministerin gehört hat, starker europäischer Pfeiler in der NATO, keine Zweifel aufkommen lassen an der NATO. Das wird ein Signal sein. Und die Union bzw. die Kommission wird das in ihrer Person mit Sicherheit unterstützen. Sie ist erfahren, sie wird das tun können, aber sie wird hier natürlich anders als vielleicht noch in der Klimafrage schon aus strukturellen Gründen einen ganz anderen Widerstand spüren, weil die Außen- und Sicherheitspolitik in der Europäischen Union nun mal nicht vergemeinschaftet ist, nun mal nicht eine Sache exklusive Kompetenz der Kommission ist, sondern die Kompetenz der Mitgliedstaaten nach wie vor. Dann wird es ungleich schwerer werden für Sie. Sagt Professor Stefan Fröhlich von der Universität Erlangen-Nürnberg. Dankeschön für diese Einordnungen.